aus dem start ins alles heute für matthias maurer nix geworden herzlich willkommen zum aktuellen bericht am sonntag das wetter in florida war zu schlecht und jetzt soll es für den astronauten also am mittwoch losgehen seine heimatgemeinde obertal hatte schon eine große party geplant aber sie haben sich den spaß trotzdem nicht verderben lassen und ihren matthias heute gefeiert martin bringt man war dabei vielen dank thomas und das war es auch schon mit dem aktuellen bericht am sonntag morgen abend ist dann joachim weyern für sie da ab 19.45 ich wünsche ihnen dann einen entspannten feiertag und machen sie sich jetzt noch einen gruseligen halloween abend